Keiner, was gut ist und wenn er es um die Ohren gehauen kriegt... Aua! ... und kriegt... Aua! Und! Liebe Gäste, Krabbenburger sind doch zum Essen da, nicht zum Werfen! Denkt doch nur an die Freude, die diese saftigen Burger mit ihren leckeren Zutaten euch schon bereitet haben! Eigengrüt, sie hat recht! Wir sollten nicht so respektlos mit unserem Lieblingsessen umgehen! Lasst's euch schmecken! Ich werf gern mit Essen rum! Ja! Ich�별, ich... ...